Willkommen zu einer neuen Folge von mir auf meinem Kanal, Five Nights at Freddy's 2 Demo. Mein Freund ist wieder dabei. Checkt das. So, und wir fangen jetzt gleich mal an. Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's 2 Demo. Das letzte ist etwas blöd geworden und ich hoffe, wir sehen uns jetzt gleich auch. Oh die Fresse, Gott. Ja, wie schön das ist, wenn die Animatronics so ruhig da rumstehen. Äh, Paper Game, das ist ein kranker oder Paper Game. Falls sie sagen, zu dem Fall ist natürlich 2 und 1. Oh hier, die Witter mit Animatronics. Ich wünsche, die könnten auch move'n. Könnten die nach 2? Hm, aber es gibt hier keine nach 2, aber diese Demo move'n. Und dann ist das Original-Spiel? Ja. Okay, dann. Na ja, mach das mal, mach das mal morgen oder so, ja. Äh, kann ich doch mal dafür das Ruhig-Passwort. Kann ich doch auf deinem Handy dann von F1 playen um 7 Uhr oder so, wenn du mit deinem Gameplay gratis bist, ja. Ich bin schon, dass du in die Animatronics da nur so, naja, halt. Das coole finde ich, man kann mir doch anhalten, also, ich schalte hier keine andere an und warte bis hier nach 1 vorbei ist, damit wir wieder so gut in die F1 playen. Ja, genau. Das kann man ja, das ist aber auch gut so. Und das ist doch, das dauert dann nicht so lange, wie es angehalten wird, sondern das ist ja so ein kleiner Cut. Ja, man muss doch ewig warten bis hier 2 Uhr ist, ehrlich. Ich warte nur noch darauf, bis endlich 2 Uhr ist, damit die Animatronics move'n. Äh, um 2 Uhr moved Bonnie, Chica, äh, so bewegt sich um 3 oder um 4 Uhr. Und Friday dann um 5 Uhr. Ja, genau, 4 oder 5 Uhr. Ich sag dir 1. Um 5.00 Uhr, Freddy ist 1. Ich sag dann Chica oder Bonnie, wenn man die 1 Uhr wieder geht. Meistens aber Chica. Das ist die erste, die weggeht. Wirklich. Das läuft so richtig. Meistens geht ja Bonnie, als erstes weg bei der F1 und 2. Bei der F1, die geht ja nur ganz schnell weg. Nee, ja, bei F1, die geht auch normal meistens, also ist es weg. Nein, Bonnie, ich habe schon sehr viel wie es gesehen, wo Bonnie als erstes gemützt ist. Ich finde es wirklich cool, dass man sieht, wie Foxy rennt. Ja, das sieht geil aus, ehrlich. Das ist doch schön, ne? Ja, das ist doch schön. Okay. Der Schuhrer, der Schuhrer hat so schnell gebraucht. Hier wird das nicht so schön. Okay, das ist klein. Ich hab eine Bewege schnau.